Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 114 Der rote Faden Hermine war auf dem Weg zu Albus' Büro und sagte vor dem Wasserspeier das Passwort, sodass man sie passieren ließ. Oben angekommen, öffnete Albus die Tür, bevor sie klopfen konnte. Hermine, treten Sie doch ein. Schön, dass wir einmal etwas Zeit miteinander verbringen können. Sagte Albus freundlich. Es war Severus gewesen, der den Termin für heute gemacht hatte. Doch er hatte ihr versichert, dass er dem Direktor nicht einmal einen kleinen Hinweis gegeben hatte, warum sie mit ihm sprechen wollte oder eher sollte. Es lag allein an ihr, Albus darüber zu unterrichten, dass sie in einem schwarzmagischen Buch gelesen hatte. Sie sind etwas blass um die Nasenspitze herum, Hermine. Geht es Ihnen gut? Fragte er höflich. Ja, mir geht es gut. Antwortete sie und sie fragte sich für einen Moment, warum er sie blass genannt hatte. Machte sie etwa einen kränklichen Eindruck auf ihn? Der Direktor bot ihr einen Platz auf einem sehr gemütlichen Sofa an und hielt ihr eine Schale mit Pralinen unter die Nase, bei denen sie dankend zugriff. Auf dem Tisch stand bereits ein sehr auffälliges Teeservice, welches antik zu sein schien, denn allein die Kanne war der reinste Blickfang mit ihrer goldenen Farbe und den kunstvollen Verschnörkelungen. Verschiedenste Kekse und zwei Sorten Kuchen warteten darauf, gegessen zu werden. Doch zuerst tat sie sich an den köstlichen Pralinen gütlich. Einen Tee, Hermine? Fragte Albus freundlich. Ja, gern. Antwortete sie mit ein wenig Unbehagen, was Albus zu merken schien. Bevor wir ihr Anliegen bereden, möchte ich vorweg etwas sagen. Es gab eine Beschwerde über Sie, Hermine. Sagte Albus amüsiert, während er ihr eine Tasse Tee reichte. Eine Beschwerde? Fragte sie verdutzt nach. Hatte Madame Pins etwa herausbekommen, dass sie heimlich nachts in der Bibliothek Bücher gelesen hatte? Ja, eine Beschwerde. Sagte Albus und blickte einmal demonstrativ zu einem Gemälde, welches Salazar Slytherin darstellte. Hermine folgte seinem Blick und in dem Moment, in welchem sich eine Ahnung in ihr ausbildete, erklärte Albus. Salazar sagte, sie hätten sein Leben bedroht. Hermine hätte beinahe angefangen zu lachen, doch Albus schilderte gleich darauf. Er behauptet, sie hätten ihn beinahe in die Luft gesprengt. Es war ein Notfall und er wollte mich nicht durchlassen. Ich durfte doch aber keine Zeit verlieren und wollte nicht mit ihm diskutieren. Rechtfertigte sich Hermine. Albus kicherte und sagte leise an ihrem Ohr, sodass Salazar im Gemälde unmerklich seinen Hals in der Hoffnung streckte, etwas hören zu können. Hehehe, ich habe es auch nicht sehr ernst genommen. Lauter für Salazar verständlich sagte Albus. Dass mir das nicht noch einmal vorkommt, Miss Granger. Hermine lächelte wegen des nicht ernst gemeinten Tadels und versicherte. Nein, das wird nicht wieder vorkommen. Versprochen. Der Direktor nickte und seine Augen strahlten, bevor er das Thema wechselte. Es ist das erste Mal, Hermine, dass Sie mich auf einer privaten Ebene besuchen. Ich hoffe doch, es ist nichts Schlimmes geschehen. Aber wenn doch, dann dürfen Sie gerne von mir erwarten, dass ich Ihnen meine Hilfe anbiete. Sagte er aufrichtig. Sie räusperte sich, bevor sie fragte. Haben Sie sich jemals mit der dunklen Magie auseinandergesetzt? Er blickte sie über seine Halbmondbrille an und erwiderte. Man wäre der dunklen Magie hilflos ausgeliefert, würde man sie nicht verstehen. Für Hermine war es ein klares Ja gewesen, weswegen sie offenbarte. Ich habe in einem Buch gelesen und ich habe viel zu spät bemerkt, dass es eines jener schwarzen Bücher war, vervollständigte Albus. Sagen Sie mir, wie Sie sich dabei gefühlt haben und wie Sie sich jetzt fühlen. Er tat ihr etwas Kuchen auf und schenkte sich selbst eine Tasse Tee ein, sodass sie frei von der Leber weg erzählen konnte, ohne dass er sie eindringlich anblicken würde. Während ich es gelesen habe, da war ich so fasziniert, so begeistert von all den Dingen, die möglich sind, auch wenn es schlimme Dinge waren. Über was haben Sie gelesen? Wollte Albus wissen, während er sich geruhsam fünf Würfel Zucker in den Tee tat. Ich weiß nicht, wie das Buch hieß, aber in ihm standen Dinge. Sie dachte über das nach, was sie aus dem Buch erfahren hatte und gab als Beispiel. Da stand beschrieben, wie man jemandem das Pech auf den Hals setzen könnte. Mit einem Trank oder einem Fluch. Wie man das Unglück aus der Ferne kontrollieren könnte bis hin zum... »Tod«, sagte Albus, »jede Glückssträhne hat ihr Pornom, meine Gute. Jeder hilfreiche Zauber hat einen zerstörenden Doppelgänger. Jeder heilende Trank einen bösen Zwilling. Der Skelewachs zum Beispiel, der Knochen wieder wachsen lässt, wie Harry es leider schon schmerzhaft am eigenen Leib erfahren musste, findet sein Gegenstück in einem abscheulichen Trank, der die Knochen in einem Körper aufzulösen vermag, was einen grauenvollen Tod bewirkt. Der Direktor setzte sich neben Hermine, trank seinen Tee und sagte dann mit ruhiger Stimme, »Mich interessiert, Hermine, ob Sie sich während des Lesens ein Szenario vorgestellt haben, in dem eine ungeliebte Person diesen Unglückstrank eingenommen hatte.« »Nein!« kam wie aus der Pistole geschossen und sehr erschüttert klingend. Da er sie geduldig anblickte, erklärte sie, »Ich fand es schrecklich und dachte mir besonders bei diesem Kogamor-Trank, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, die Wirkung des Trankes wieder aufheben zu können. Der Gedanke daran ist grauenvoll, nur wegen eines Trankes ein Leben lang einer anderen Person hörig zu sein. Es muss doch ein Gegenmittel geben. Und wenn nicht, muss man eines erforschen.« »Es ist erleichternd, das zu hören. Solange Sie in Gedanken nämlich nicht schon überlegen, welche Person Sie mit welchem Trank leiden lassen möchten, haben Sie ein reines Herz. Sich mit dunkler Magie zu befassen, Hermine, ist eine gefährliche Angelegenheit. »Aber es ist notwendig, um gegen Sie ankommen zu können.« Seine Augen funkelten fröhlich, als er anfügte. »Ist es nicht auch so, dass man aus dem tödlichen Gift einer Schlange das rettende Gegenmittel gewinnen kann?« Hermine nickte und verstand, was er ihr damit sagen wollte. Albus reichte ihr den Teller mit dem Schokoladenkuchen und tat sich selbst ein Stück von der Zitronenschnitte auf. Da sie nichts sagte, ergriff er das Wort erneut. »Das Leben ist durchwachsen von schönen und schlechten Ereignissen. Der Mensch selbst ist weder gut noch böse. Da ist es nicht verwunderlich, dass es mit der Magie nicht anders aussieht. Erst beide Seiten formen eine Einheit. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Doch nur wer sich darüber im Klaren ist, der ist auch bereit, beide Seiten kennenzulernen.« Erklärte Albus. Plötzlich blickte er sie streng an und fragte einschüchternd, »Hat Severus Ihnen das Buch zu lesen gegeben?« »Nein, Sir. Er wusste davon nichts. Wirklich nicht.« Erwiderte sie ehrlich. Mit einem Maler war die Freundlichkeit, die Albus meist verbreitete, wieder in seinem Gesicht abzulesen, als er sagte, »Das hätte mich auch sehr gewundert.« Dann fragte er, »Ihr Interesse ist geweckt worden? Glauben Sie, dass Sie bereit dazu wären, sich mit dunkler Magie zu befassen? Sie müssen nämlich bedenken, dass es Sie sehr beschäftigen wird, auch unbewusst. Sie werden sicherlich Albträume bekommen, was eine normale Nebenwirkung wäre. Auch Harry hatte stets unter Albträumen gelitten, nachdem er von Voldemorts dunkler Magie berührt worden war.« Starr hielt Hermine ihren Blick auf den Schokoladenkuchen und sie fragte sich, ob es eine Fangfrage sein könnte. »Bin ich bereit?«, fragte sie sich selbst. Sie wollte an das Wissen herankommen, das die dunkle Magie mit sich brachte, doch sie wollte ihr niemals verfallen und schon gar nicht bei ihren Mitmenschen den Eindruck erwecken, ihnen erlegen zu sein. »Gewissensbisse, Hermine?«, fragte Albus stichelnd. Sie seufzte und erklärte, »Ich sag es mal so. Ich bin der Überzeugung, dass ich eine Menge hinzulernen könnte, würde ich mich auch mit den dunklen Künsten auseinandersetzen. Es würde nicht nur meinen Wissensdurst stillen, sondern könnte auch nützlich sein, um Opfern der dunklen Künste besser helfen zu können. Immerhin bin ich Heilerin und war während meiner Ausbildung schon einige Male mit wirklich schlimmen Fällen in Berührung gekommen. Andererseits möchte ich nicht, dass man meine Neugierde missversteht.« Sie blickte ihm endlich in die Augen und sagte, »Ich bin kein schlechter Mensch und wenn die Gefahr für mich zu groß wäre, dann würde ich die Finger davon lassen.« Er tätschelte sie liebevoll am Knie, was sie sich bei jedem anderen Mann sofort verbitten würde, aber nicht bei ihm. »Ich verstehe Sie, meine Gute. Es ist bestimmt nicht gerade leicht, wenn jemand erfahren sollte, dass man sich mit dunklen Künsten beschäftigt. Ich selbst vertrete öffentlich die Meinung, dass schwarzmagische Lehrinhalte nichts auf dem Stundenplan zu suchen haben. Kein Kind sollte mit den dunklen Künsten vertraut gemacht werden.« Albus seufzte, bevor er fortfuhr. Severus selbst hatte während seiner Schulzeit kein Geheimnis aus seinem Steckenpferd gemacht und wurde deshalb... Nun ja, das ist eine andere Geschichte. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass man Vorsicht walten lassen muss, man nicht jedem alles unter die Nase reiben darf.« Er schien für einen Moment Gedanken verloren. Albus schenkte ihr noch – und sich auch – eine Tasse Tee ein und erklärte, »Dass Severus den dunklen Künsten angetan ist, war nie ein Geheimnis, auch nicht unter den Schülern, was ihm natürlich von Anfang an einen schlechten Ruf eingehandelt hatte.« Der Direktor blickte sie an und sagte leise, als würde er ein Geheimnis preisgeben. »Würden Sie glauben, dass ein anderes langjähriges Mitglied der Lehrerschaft ebenfalls sehr mit dunkler Magie vertraut ist?« Vor lauter Staunen zog Hermine die Augenbrauen in die Höhe und sagte, »Noch jemand?« »Nein, das würde ich keinem hier zutrauen.« »Aber so ist es. Diese Person weiß genau, wie Severus sich zu schützen, um schwarze Magie gefahrlos studieren zu können. Sie, Hermine, würden nie darauf kommen und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, Ihnen zu verraten, um wen es sich dabei handelt«, sagte Albus lächelnd. Plötzlich, weil Albus es eben erwähnt hatte, fiel ihr etwas ein, was Severus ihr gesagt hatte und sie erzählte. »Severus meinte auch, es gäbe Möglichkeiten, diese Bücher zu lesen, ohne dass sie einen einnehmen könnten.« »Ja, die gibt es, doch sind diese Schutzmaßnahmen nicht immer gleich, denn jedes Buch hat seine eigenen Tücken. Ich selbst bin im Besitz eines Buches, bei welchem man ganz bestimmte Seitenzahlen nicht aufschlagen darf.« »Weil man sonst mit Haut und Haaren verschlungen werden könnte«, sagte Albus, bevor er eine Zitronenschnitte naschte. »Das hört sich gemeingefährlich an«, Albus schluckte, bevor er nickend zustimmte. »Das ist es auch. Wenn Sie demnächst tatsächlich mit diesen Büchern Umgang haben sollten, Hermine, dann behandeln Sie sie wie gefährliche Tiere, wie giftige Schlangen und Skorpione oder wie eine blutrünstige Schimäre, denn die Bücher können unverhofft zuschlagen, weswegen Sie stets auf der Hut sein müssen. Seien Sie niemals unachtsam.« Alles, was Albus gesagt hatte, ließ sie sich durch den Kopf gehen, während sie an ihrer Tasse Tee nippte und ihren Schokoladenkuchen aß. Nach einer ganzen Weile, die sie damit verbracht hatte, nach dem Kuchen auch noch jede Menge Süßigkeiten zu verzehren, sagte sie. »Ich dürfte solche Bücher also lesen?« Albus lächelte freundlich und entgegnete. »Es liegt gar nicht in meiner Macht, Sie daran hindern zu können. Es ist Ihre Entscheidung, Hermine. Es ist allein Ihre Entscheidung. Ich möchte Ihnen nur ans Herz legen, vorsichtig zu sein. Am liebsten wäre es mir, wenn Severus stets an Ihrer Seite wäre, wenn Sie diese Bücher lesen, denn er könnte im Notfall einschreiten. Und wenn Sie einem alten Mann wie mir den Gefallen tun möchten, Sie in Sicherheit zu wissen, dann können Sie meinen Rat gerne beherzigen.« Hermine lächelte zufrieden. Natürlich würde sie Albus' Ratschlag beherzigen, denn deswegen war sie ja hier. Da diese Angelegenheit geklärt war, wagte sie den Schritt in eine andere Richtung und sie fragte frei heraus. »Was ist vor 20 Jahren mit Severus geschehen?« Diese Frage traf Albus völlig unvorbereitet. Wie versteinert blickte er sie an. Doch nachdem er einmal geblinzelt hatte, war er wieder ganz der alte Direktor. Der erwiderte, »Ich kann mich in diesem Punkt nur wiederholen und das sagen, was ich Harry bereits gesagt habe. Ihr seid so nahe dran, dass es eine Schande wäre, jetzt aufzuhören.« »Aber womit aufhören? Wir wissen ja nicht einmal, was wir bereits tun. Was ist es denn, dass Harry und ich machen, um Severus zu helfen? Und warum muss man ihm überhaupt helfen?« wollte Hermine wissen, doch Albus schüttelte den Kopf. »Haben Sie einen unbrechbaren Schwur geleistet?« fragte sie gleich im Anschluss. »Nein, das nicht. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Das verstehen Sie sicherlich, Hermine.« Erwiderte er, entkräftet klingend. Sie seufzte und sagte niedergeschlagen. »Es ist demotivierend, dass die einzigen beiden Menschen, die etwas Licht ins Dunkel bringen könnten, sich einfach nicht dazu äußern möchten.« Plötzlich klopfte es, sodass Albus sich entschuldigte und zur Tür ging. Es war Minerva, die für wenige Minuten seine Anwesenheit wegen einer schulischen Angelegenheit forderte, sodass der Direktor versprach, in spätestens zehn Minuten wieder hier zu sein. Allein in Albus' Büro sitzend betrachtete Hermine sich die Gemälde und da fiel ihr Blick auf das Porträt von Albus selbst, welches nach seinem Tode hier im Büro zu finden war. Sie ging auf ihn zu und da er zu schlafen schien, wie alle anderen Gemälde auch, sagte sie laut seinen Namen. Doch er rührte sich nicht. »Ich weiß, dass sie nicht schlafen. Keiner von ihnen schläft«, sagte sie laut und ließ ihren Blick derweil über sämtliche Gemälde ehemaliger Direktoren und Direktorinnen schweifen. Es machte sie wütend, dass sie ignoriert wurde, obwohl sie doch wusste, dass diese Gemälde immer nur dem Direktor von Hogwarts treu waren. Sie entschloss sich dazu, die Porträts genauso zu ignorieren, wie sie von ihnen ignoriert wurde und streifte ein wenig im Büro herum. Auf einem Schrank lag der sprechende Hut, der leise schnarchte. Doch ob auch der seinen Schlaf nur vortäuschte, war ja ein Rätsel. In den Regalen standen Bücher und überall waren seltsame silberne Objekte im Raum verteilt, deren Zweck Hermine nicht kannte. Sie betrachtete jede Menge Gläser mit Süßigkeiten, herumstehenden Tinnif, Schülerakten und bemerkte während des langsamen Gehens nicht, dass sich ihr Umhang an etwas verheddert hatte. Mit einem Male spürte sie den Ruck und sie drehte sich um und zog an dem gefangenen Stoff. Sie zerrte an ihm und hörte plötzlich ein klickendes Geräusch in genau dem Moment, als sie ihren Umhang hatte befreien können. Sie sah sich mit einem Male mit der Versuchung konfrontiert, in das Denkarium des Direktors schauen zu können, denn ihr Umhang hatte einen geheimen Mechanismus in Gang gesetzt, der ein Versteck geöffnet hatte. Hermine stand an dem Becken und legte beide Hände auf den Rand. Doch wie schon bei Severus wurde sie bereits im Vorfeld von Gewissensbissen geplagt. Sie konnte es einfach nicht tun. In Gedanken versuchte sie, sich selbst zu überreden, doch sie war ein rechtschaffender Sturkopf. Sie hörte nicht einmal, wie die Tür des Büros sich öffnete und Albus an sie herangetreten war. Erst seine Stimme befreite sie aus ihrem Zwiespalt. Was Sie suchen, Hermine, werden Sie nicht bei mir finden, sagte er mit ruhiger Stimme. Erschrocken drehte sie sich um und blickte in die blauen Augen des Direktors, die kein bisschen Enttäuschung widerspiegelten. Ich schwöre, ich habe nicht hineingesehen, rechtfertigte sie sich. Albus lächelte und fragte, Habe ich Ihnen einen Vorwurf gemacht? Er legte einen Arm um sie und sagte, Neugier ist keine Sünde, aber man sollte sie mit Umsicht walten lassen. Mein Gewissen hindert mich leider sehr oft daran, meiner Neugierde nachzugeben, sagte Hermine entmutigt. Ihnen, Hermine, liegt der Dialog vielmehr. Sie verfügen über zwei sehr ausgeprägte Eigenschaften. Zum einen wäre da ihre Wortgewandtheit und zum anderen ihre Aufrichtigkeit. Mit beiden Eigenschaften zusammen können Sie mehr verschlossene Türen öffnen, als mit halbherzigen Auskundschaftungen, die von Ihrem Gewissen vereitelt werden, sagte Albus. Albus reichte ihr eine Schachtel mit Schokoladentrops, an der sie sich bedienen durfte, und selbst nahm er auch einen dieser Köstlichkeiten, bevor er sagte, Kann ich Ihnen sonst noch behilflich sein, Hermine? Nein, ich denke, das war alles, erwiderte sie. Wunderbar, ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Hilfe sein. Falls Sie auf Probleme treffen sollten, dann erwarte ich von Ihnen, dass Sie mich jederzeit aufsuchen, ja? Sie nickte lächelnd und sagte, Danke, Albus. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zur Harry Potter Fanfiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.